Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video über Evercraft. Wir haben uns letzte Woche schon diesen Presale angeguckt oder beziehungsweise dieses Projekt ein bisschen näher erläutert. War glaube ich ein 12-15 Minuten Video. Nur es kamen jetzt im Nachhinein ein paar Fragen, ob ich da noch ein bisschen näher drauf eingehen könnte. Absolut verständlich, das Projekt ist halt nicht vergleichbar mit anderen Projekten. Wir haben hier keine ganz normale Blockchain. Es geht hier wirklich um Nachhaltigkeit, wirklich um einen Lösungsansatz in der realen Welt. Also nicht immer nur Krypto, 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 Kryptowelt, Anonymität etc. Grundsätzlich stimmt das alles, nur wir haben hier einen richtigen Anwendungszweck. Und deswegen wollte ich jetzt in dem Video nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil eben ein paar Fragen kamen, kurz und knapp. Ich habe mir dazu auch Notizen gemacht, deswegen ich muss das hier ablesen. Mir wurde da auch ein bisschen geholfen, einfach zur Erklärung möchte ich nur Props rausgeben, soll ja nicht verwehrt bleiben. Aber deswegen nochmal ein ganz kurzes Video darüber. Und deswegen bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinjoinen. Alles kostenlos, wenn ihr Fragen habt, gerne da reinjoinen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und natürlich auch alle Links zum Presale, zur Telegram-Gruppe und natürlich auch generell zur Website von Evercraft. Werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung, es werden die ersten drei Links sein. So, und jetzt fange ich mal an. Also nochmal ganz kurz und knapp Evercraft. Es geht hier um Grafenherstellung und um Nanotubes. Das will ich jetzt auch nochmal ganz kurz erläutern. Wo haben wir es denn stehen? Ja, einerseits eben, wie gesagt, diese Nanotubes. Also Carbon-Nanotubes, das ist ja eigentlich so das Hauptding. Und eben diese Grafen. Und das ist natürlich in der normalen Wirtschaft sehr, sehr teuer, das herzustellen. Und natürlich sehr umweltschädlich. Und deswegen gibt es Evercraft, die wollen das Ganze umgehen. Und haben dafür, sag ich mal, auch einzigartige Technologien. Und dafür wird dieses LTC- und ACA-Verfahren verwendet. Diese Verfahren oder diese Abkürzungen stehen für Low Temperature Conversation und Advanced Carbon Absorvation. Hier geht es darum, dass aus allen Arten von organischen Abfällen mithilfe von LTC, das ist dieses Low Temperature Conversation, ein synthetisches Gas hergestellt wird. Das ist das. So, aus diesem sogenannten Syn-Gas, also auch aus jedem anderen Gas mit Methan und sogar CO2 ist es herzustellen, werden dann in der ACA-Anlage hochwertige Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Grafen produziert. Und das völlig emissionsfrei. Das ist jetzt so mal die grobe Erklärung. Und wie gesagt, deswegen verstehe ich auch, warum da Fragen kamen oder das ein bisschen unklar war. Deswegen geben wir eben in diesem Video jetzt nochmal ein bisschen drauf ein. Und als Nebenprodukt enthält man grünen Wasserstoff. Und Wasserstoff ist natürlich auch für die Zukunft, ihr wisst, in Deutschland Energiewende, jeder darf nur noch mit grüner Energie heizen etc. pp. machen, ist das natürlich ein gutes Nebenprodukt. Wasserstoff wird nachgefragt früher oder später, davon gehe ich auch aus, wenn es ein bisschen überhypt ist teilweise von der Regierung, aber ist ein gutes Nebenprodukt. Von vielen als Brennstoff- und Energiequelle der Zukunft bezeichnet. Absolut wahr. Deswegen habe ich das jetzt auch gesagt, vor allem Regierungen sind da scharf drauf. Für die Produktion von Wasserstoff wird normalerweise sehr, sehr viel Energie und hohe Temperaturen benötigt, was dank LTC und ACA nicht der Fall ist. Das kann ein richtiger Game Changer werden. Absolut stimme ich auch voll und ganz zu, weil, wie ich es gerade gesagt habe, es wird teilweise sehr, sehr viel Energie dafür verwertet. Teilweise mehr Energie, als es dann im Endeffekt bringt. Aber gut, das wird dann mit Kohlestrom inzender, ihr wisst, was ich meine. Und da sind wir eben komplett emissionsfrei. Gutes Nebeneffekt, gut herr Nebeneffekt muss man dazu sagen, was eben durch dieses Projekt noch zusätzlich erzeugt wird. Und ja, den gesamten Lifecycle von Abfall bis zu den fertigen Produkten findet ihr natürlich auch ausführlich erklärt in dem Pitch Deck. Das heißt, absolut alles, was ihr einerseits in dem Pre-Sale, also wenn ihr euch bei dem Pre-Sale angemeldet habt mit KYC, seht ihr einerseits nochmal das ganze White Paper und das ganze andere Zeug. Aber das ist jetzt nur nochmal kurz und knapp einfach die Erklärung. Ich finde es sehr, sehr interessant. Wie gesagt, alles emissionsfrei. Deswegen habe ich auch den Titel vom letzten Video genannt. Das umweltfreundlichste Produkt 2023 oder ja doch umweltfreundlich kann man schon dazu sagen. Und halt wirklich ein Game Changer. Wie gesagt, emissionsfreie Herstellung von diesen Nanotubes, also Carbon-Nanotubes und dann eben noch von Graphen, was überall angewendet wird. Also überall braucht man eben das und das eben noch emissionsfrei bzw. umweltfreundlich, wo immer mehr der Fokus weltweit, Klimaerwärmung etc. pp. wird das nachgefragt. Und deswegen finde ich es hier einen sehr, sehr guten Nebeneffekt. Und natürlich, was auch noch möglich ist, dann eben durch diese NFTs, was ich ja im letzten Video schon erwähnt habe, dass man da auch dann an diesen CO2-Zertifikaten teilhaben kann. Aber nur, und das ist auch ganz wichtig, nur wenn die Maschinen dann auch im Betrieb dann sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man hebt sich hier auch ab. Vielleicht habe ich das im letzten Video auch nicht ganz natürlich gesagt. Aber man hebt sich hier von anderen Projekten ab, die immer sagen, ja, CO2-Zertifikat, obwohl noch gar nichts läuft. Evercraft, deswegen für mich Evercraft immer noch eins oder momentan, was Umweltfreundlichkeit und wirklich Anwendungszweck angeht, mit das stärkste Projekt oder sogar in dem Bereich auf jeden Fall das stärkste Projekt. Und das finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Also schaut euch das Projekt gerne nochmal an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Gruppe. Ich werde euch die Telegram-Gruppe zu Evercraft auch nochmal reinstellen. Und es wird ungefähr eins bis zwei Wochen wird es dann noch ein Interview geben, was ich dann natürlich auch auf dem Kanal veröffentlicht werde. Das ist mir auch ganz wichtig, wenn ihr da Fragen habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentarspalte rein oder mir privat. Und dann werde ich die auch alle nochmal an ihn dann stellen, wenn dieses Interview dann stattfindet. Termin gibt es schon, also könnt ihr euch darauf freuen. Nur, das war mir jetzt wichtig, auch weil ein paar Fragen aufkamen, einfach nochmal über dieses Projekt ein bisschen mehr zu erzählen. Und weil es halt einfach was komplett anderes ist. Ich brauche hier keine Blockchain erklären, sondern das Projekt, das Wesentliche erfassen. Und damit würde ich sagen, war es das auch wieder für das heutige Video. Wie gesagt, alle Links sind unten drin. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit stellen, Like da lassen, Abo da lassen. Und natürlich Evercraft Presale läuft momentan noch. Schaut euch das gerne an. Hammergeiles Projekt. Und dann war es das wieder von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Und ja, das war es dann von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.